Gesprächig, frech, liebenswert, elegant, geistreich. Loni Häuser bereicherte mit ihrer unverwechselbaren Komik viele Heimatfilme. Gestatten Sie, dass ich kurz und schrill lache. Heimatkanal gedenkt der Schauspielerin zu ihrem 20. Todestag und macht sie zum Filmstar des Monats März. Kapelle, Tusch! Sehen Sie Loni Häuser jeden Mittwoch im März um 20.15 Uhr. Nur auf Heimatkanal. Hochinteressant!